Willkommen zurück zu... Ja, zu nem blöden Spiel. Super Mario Bros. 3. Was wir eigentlich nie vor hatten zu spielen, aber okay. Hey, hallo. Was ist da drüben? Wir sind jetzt schon so weit gekommen, da können wir noch ein Part hinten dran hängen. Da muss doch irgendwas sein, nachdem du das 1-Level geschafft hast. Ja, normal schon. Das würde mich wundern. Bin ich denn? Ah... Das ist doch blöd. Ich glaube, ich weiß, welches Schloss jetzt kommt. Und ich mag's nicht. Das ist das... Es gibt danach noch eins, das ist ja das Schlimme. Hä? Daran erinnere ich mich ja gar nicht. Ich glaube, das hat das Lachsi damals gemacht. Gibt's da noch weiter? Ich glaube schon. Nee. Nee. Wäre aber interessant gewesen. Mhm. Äh, ja, da muss man, glaube ich, hochfliegen irgendwie. Ja, genau. Genau, das war das. Das war viel weiter rechts. Muss man nicht durch die Tür? Nee, hier nur... Ja, doch, hier schon, aber... Das, wo man hochfliegen muss, das kam ein bisschen später. Hä? Wie soll man das schaffen? Oh Gott. Normal müsstest du da hochkommen. Oh Gott! Boah. Hä? Komm da nicht rein. Okay, guck mal, ob da oben vielleicht ein Block ist. Guck mal, ob da ein Block ist. Hä? Hä? Geh doch mal durch die Tür. Das ist falsch. Äh, flieg mal da hoch. Flieg mal jetzt links hoch. Hier jetzt ungefähr. Neben dem Laken. Hä? 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 Hier vielleicht rein? Geh mal nach links, statt nach rechts. Nee, nee, links, die Tür. Links, 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 links. Das ist keine Tür. Okay. Hä? Da, 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 da. Okay, 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 okay. Da kann ich mich noch dran erinnern. Okay, okay, okay. Jetzt kommt Bum, Bum. Hä? Gibbutcher. Ja. Du hast immerhin mehr Zeit als Lachsi damals. Ja. Oh, Sl sans. Ja. om2, es tut mir leid, dass wir dich so oft erwähnen. Aber es war einfach ein episches Projekt damals. Da erinnere ich mich wirklich sehr gerne zurück. sehr schön und ich hab die tür nach oben aufgemacht ich lass es dir dankeschön sehr freundlich ja du hast halt wirklich nötiger als ich gerade es ist einfach so so ein scheiß links nach rechts und rechts nach links level ich mag die leben nicht also sein glückgehalt hat das ding musste rauf dann auch oben irgendwie keine ahnung und nicht so Was machst du denn? So Ja genau Jetzt hat er es Ah ah da musst du hochfliegen Wie soll ich denn da Achso Wie soll ich denn da hochfliegen Fuck you too Well fuck you too Was ist eigentlich Ich würde gerne sagen Was es damit auf sich hat Da kommen wir wieder zurück Ich würde dir gerne sagen Was es damit auf sich hat Erfahrt ihr demnächst bei Minecraft Aber bis dahin werdet ihr es wahrscheinlich schon längst gesehen haben Hoffen wir es mal Wie kann sowas keine Punkte geben? Ups Kann ich nicht wieder zurück? Ne Scheiße Sollen wir den Part mal beenden Wir machen hier kurz mal eine Pause Und spielen nochmal bis dahin wo wir nicht waren Es tut mir jetzt leid ich bin aus dem falschen Knopf gekommen Ja alles klar bis gleich Sind wir auch schon wieder Äh das Haus ist jetzt noch da Das ist ja nicht schlimm Äh wie gesagt wir haben jetzt nochmal bis hierhin gespielt Kann passieren Kann passieren so ein Fehler Nein ich bin einfach auf den falschen Knopf gekommen Bei mir ist der Obere Knopf Derjenige wo ich die Power-ups lade Und ich bin einfach dann noch weiter gegangen Ich habe es nicht erwartet Mein Gott Passiert Und genau deswegen sollte man diese blöden Flöten nicht eins haben Wenn man sie nicht nutzen will Tschüss Moment Das kann ich aber auch machen Ja was es halt bringt Ey Hallo Schlinger So Hallo Wollte auch gerade nicht Ich habe keinen Bock drauf Lass mich in Ruhe Nach oben Dazu sage ich jetzt einfach aber gar nichts Hustenanfall auf Doom Komm Leute das schaffen wir Komm diesmal schafft das Darf ich nicht Ich glaube ich werde den ersten Part morgen sogar schon hochladen Wie du willst Bis jetzt zum Zum Aufnahmetag meine ich jetzt Morgen Also morgen Ja ja Also heute mehr oder weniger ist Also heute mehr oder weniger genau Ey ihr da oben Ihr beiden Ihr seid echt Krawallbrüder Verpiss dich Komm du schaffst das jetzt besser als ich Ja so dann schon mal nicht Hä wie soll man da hinkommen Da braucht man ein bisschen Anlauf aber ich schaff's nicht Nein Schade Aber fast Ich krieg das hin Ich krieg das hin Ich schaff das Ich schaff das nicht Das gibt's doch nicht Aller guten Dinge sind 15 Ja ich weiß wie man schaffst du ich rutsche ständig an irgendeiner blöden Kante weg Da die Putzfrau durchgewicht Okay Äh ja und jetzt Du musst rechts durch die Röhre durch Das heißt du musst unten auf die Plattform über die Röhre drüber Wieder auf die Plattform drauf Ducken Ich verstehe nicht warum er sich nicht geduckt hat Ich zeige die Leute mal keiner Ferry 15 15 15 Ja Anfänger Ja Achja Leute nehmt euch uns nicht als Vorbild ohne Spaß Ihr dürft uns gerne Ich tue mich doch ganz normal Ihr dürft uns gerne als Vorbild nehmen so als Let's Player Aber nicht für dieses Projekt Solche Leute wie uns braucht keiner Parry. Das gibt's nicht. Das war ein klassischer Läugier gerade. Ich hab nach oben gedrückt, aber er wollte nicht. Solche Leute wie euch braucht keiner Parry. Jetzt fällt er gerade wieder runter, ich seh's kommen. Brauch ich's denn auch irgendwie? Ja. Saga, wo bist du denn hin? Weg, weg von euch. Oh mein Gott, ja mei, fick dich. Was ist denn hier los? Time up. Ja. Ja, so geht's auch um. Nein! Ich schaff das noch, ich schaff das, duck dich halt, du missgebohrn. Jetzt schaffst du's nicht mehr. Doch, ich schaff das jetzt noch. Jetzt packe ich die Plays aus. Bin ich mal gespannt. Es duckt sich nicht, es duckt sich einfach nicht. Hä? Jetzt schaffst du's erst recht nicht mehr. Có, 8, 7, 6, 8 Okay, komm komm Aha Ich verstehe So Nö, das schaffst du nicht mehr Ne, leider Ich verstehe aber auch nicht, warum man sich manchmal nicht drückt Ich drück nach unten, aber er macht es einfach nicht Das ist bei dem Spiel seltsam Also ich habe eindeutig nach unten gedrückt, aber er drückt sich einfach nicht Er macht nicht die Krabbe Drückt dich und macht die Krabbe Das Level hätte auch Mabu designen können Ohne Midway Point, ohne gar nichts Ja ok, komm, Midway Point Also sorry, bitte, bei dem designen schon Ja, super, das hast du kaputt gemacht Ich hab's kaputt gemacht Ok Ok Jetzt muss ich's schaffen, weil Der ist nicht so klemmig an wie ich Ne, ich verstehe das aber auch nicht Er duckt sich einfach des öfteren nicht Bis du nennen Nach Narnia Da links, dann rechts Und dann Durchfahren Da weißt du ja, wie's jetzt funktioniert Ja, aber nicht so Es ist so schmerzidiert Immer wie Drecksblume Ich schaff das jetzt, komm Das ist so richtig Richtig anspruchsvoll, wie wir das schaffen Ne, das ist jetzt ernsthaft Das ist jetzt ne ernste Sache Aber Foxy, das war grad echt elegant Muss ich ehrlich sagen Wie schafft man sowas? Erklär's uns Ich weiß es nicht Das kommt von allein Ich weiß das nicht Das kommt von allein Es ist ein Brücken Ja, super Wo das Gefäßen ist Ok Komm, komm, komm Diesmal schaffst du's Sei nicht so blöd wie ich So blöd wie du kann gar keiner sein So blöd wie du ist keiner, Perry Zumindest springe ich nicht auf irgendwer hier Blumen drauf Ich muss grad sagen So blöd wie du ist keiner Per, 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 Perry Per, per, Perry Was für ein Glück muss man haben Ich hatte zwar Glück Aber im Endeffekt schaffe ich das trotzdem nicht Okay So weit bin ich ja schonmal Ja super, da komm ich jetzt nicht durch Ähm, brauch ich das so Ja Da ist doch ein Pilz da oben Aber da komm ich jetzt nicht hin Jetzt, 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 die spawnt er Ich versteh's nicht Schau wie er guckt Gut, das schaffen wir noch Ich will das Level schaffen Das gibt's auch nicht Los, Zuschauer Ihr müsst uns an Ihr müsst uns ans Feuern hier Anspoilern müsst ihr uns anspoilern So Pass auf, jetzt passiert Du wieder kein Scheiß bauen, Perry Wenn du nicht ein Part, den mag keiner, Perry'n ist Dann hau ich dich Ja, bei der nächsten Aufnahmesession Ach komm schon Das geschieht dir jetzt ganz recht, wenn du mich hier verarsch Nch 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 Weitergefahren wärst du wieder in die rote Pflanze reingefallen Ja klar Und guck mal Oh Stimmt, das vergesse ich immer wieder Oh So So geht's auch So Und dann musst du jetzt irgendwie auf das rechte drauf Dann auf das linke Voneinander drauf Weiß zwar nicht, was du damit jetzt bezwecken wolltest, aber okay Ja, kann man auch machen Fahr du rechts oder links Und hier bin ich gestorben, ne? Wegen Zeit abgelaufen So kurz vorm Ende Ich versteh's bis jetzt noch nicht Und du schaffst es Und jetzt aufpassen, nicht dass sich irgendwas Blödes erwischt Okay, sehr gut Komm ich probier jetzt noch ein, ich will irgendwas schaffen in dem Part Ja okay, eigentlich wären wir schon durch, aber Stimmt, ich muss ja 5 Minuten drauf rechnen Puh Ja komm Einen schaffen wir noch Unser Commentary heute Abend bestand eigentlich hauptsächlich aus dem Markt keiner, Perry Ja Oh, die 7 und 8 waren scheiße, ich erinnere mich Ich geh da rein, mir egal Eins davon war das Stern, äh Dings Jump Level, wie heißt's? Oh ja, das war mies Okay, die hättest du noch einen Stern kriegen können, glaub ich Na, hab ich jetzt aber Pech gehabt Ahhhh Scheiße, ja komm, wir machen beim nächsten Mal weiter Es ist so mies Ich hasse die Level hier dran, beide, 8 und 7 Mies wie nochmal was Bevor ich jetzt diesen Part beende Ich zeig euch jetzt noch, du hast eben die 8 versucht, ne? Mhm Ich zeig euch jetzt zumindest mal, zeig ich euch noch die 7, aber danach ist für heute Abend wirklich Schluss Mhm Für diese Aufnahme Session Ich zeig euch jetzt noch die 7 Die 7 ist rot, die 7 darf man nicht probieren Glaub ich zumindest, dass es die 7 war War das das Level mit dem, äh, Muncha Run? Irgendwo kam das jetzt dann, ja? Ja Das war das Muncha Run Level Leute, dieses Level ist einfach nur asozial Oh shit, da war der Stern Ich glaub, die Stern hättest du mitnehmen müssen Oder auch nicht Aber ich nehm den hier mit Vielleicht schaffst du's ja noch Boah Flappy Bird Nein Uhhh Alter, da bin ich immer gestorben an dem Und das schaffst du Boah Er hat's geschafft Leute Ich pack die Place aus Und ich hol dir eine Blume Er hat's geschafft Scheißegal Ich pack die Place aus Er hat's geschafft Alter Ich hätt's niemals gedacht Niemals Komm, mach noch das Das Bonus Level Dann mach mal Feierabend für heute Ich pack die Place aus Das gibt's nicht Alter Ich, ich komm grad nicht drauf Klar, ohne Spaß Ach, schade Egal, wenn dann Da geh ich jetzt noch kurz Game Over Und dann warst du's für heute Ja komm Überlänge Okay Oh, danke Ich geh mal Okay 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 Ich geh mal kurz Game Over Jetzt schafft er das Level Ja, da ist Feierabend hier hinten Boah Was war hier oben Ich hätt niemals gedacht, dass ich das schaffe Ohne Spaß Ganz ehrlich Ne, das Level ist ja auch Assozial hoch 10 Vor allem, ich glaub, ihr hattet das damals ausgelassen Irgendwie, ne? Ihr habt ja dann die 7 gemacht Die 7 war das, was du gemacht hast Äh, die 8 habt ihr dann immer gemacht Stimmt, weil wir immer wieder gesagt haben, dass die 7 absolut scheiße ist Das ist keiner machen will Ja Ich fass es nicht, er kommt durch, er kommt durch Da ist schon Ende Gelände Äh? Da Da muss man rein Muss ich hier irgendwie einen Weg nach hinten finden Ist glaub ich gar nicht so Okay doch, ist ein bisschen weiter weg Okay Nimm den Block Ach, leg mich doch am Arsch Auch nicht Ja super, jetzt komm ich nie wieder raus Es war so klar, ich hab eigentlich erwartet, dass ich irgendwie durchkomm, aber Alter, was soll man denn da hin? Und mal Wo kommen wir denn da hin? Komm mal du mit Die Zeit ist uns wert Ja klar Lass dir Zeit, lass dir Zeit Oh Gott, danke So, wie war das jetzt? Hier rein? Hohoho Ja Gott sei Dank, ey Ich hab schon gedacht, da wär was da unten jetzt Ja Ein Durchgang Ich mein, da wär der tot Ne, hier war's falsch Ne, hier war's falsch, ne? Ja Ne, 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 ne Du bist ja nicht ganz oben So, dann hier und wieder mal das ein bisschen fein lassen. Oh, das ist noch eine Feuerblume, sehr schön. Ich nehme mal kurz die Münze mit. So, dann hier. Da ist die Röhre, sehr schön. Geschafft schon. Nice. Egal. So, der Part hat jetzt zwar ein bisschen Überlänge, Leute, aber ganz ehrlich, und sei es verziehen, wir haben Level 8 geschafft, ne, Level 7 geschafft und Level 9 geschafft und können jetzt nächstes Mal in die Welt reingehen. Mit Foxy schon mal drüben ist es gut. Ja. Gut, Leute, danke, ich habe das Zugucken, Kommentare nicht vergessen und so weiter. Bewertung nicht vergessen. Alles klar, bis denn. Ciao. Tschö.